Ja, hallo liebe Geschwister, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video, wie ihr sehen könnt, habe ich auch wieder einige Bibelverse vorbereitet. Und es geht jetzt hier hauptsächlich um Mose und um den Herrn Jesus Christus. Ein bisschen auch im Zusammenhang und ganz spannend. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt nochmal ein Video drüber. Und angefangen in Apostelgeschichte 7,35, wo wir ja auch gleich einen Klappentext haben. 2. Mose 3,5-10 wird hier erwähnt. Ich lese diesen Mose, den sie verwarfen, indem sie sprachen. Wer hat dich zum Obersten und Richter eingesetzt? Diesen sandte Gott als Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm im Busch erschienen war. Hier geht es um Mose, der am Anfang auch nicht akzeptiert worden ist von den widerspenstigen Israeliten. Lesen wir aber Joshua 1,16-17, erkennen wir, wie wir Mose gehorsam gewesen sind. So sollen wir auch dir in allem gehorsam sein. Also wir sehen an dieser Stelle schon, dass die Israeliten dann doch gehorsam gelernt haben gegenüber Mose. Das bezieht sich auf Joshua, der quasi der Nachfolger von Mose dann war letztendlich. In 5. Mose 18,18 lesen wir, Das ist eine Prophetie vom Herrn, von Gott Vater an Mose. Da geht es um den Herrn Jesus Christus in dieser Prophetie. Und diese Prophetie wird in Johannes 5,46 selbst von Jesus bestätigt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? 5. Mose 18,18 bezieht sich auf Johannes 5,46. Apostelgeschichte 3,22 Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Auch nochmal der Verweis auf 5. Mose 18,15. Hier geht es um den Herrn Jesus Christus. Der Herr, euer Gott, wird jemanden erwecken aus euren Brüdern. Hier auch nochmal die Wiederholung in Apostelgeschichte 7,37. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hat, Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören. Der Herr Jesus Christus ist es. Johannes 6,32,33 Und ja, in Hebräer 3 lesen wir, ich fange mal oben an, wir lesen hier, Der Christus ist größer als Mose. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachte den Apostel und den Hohepriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Denn dieser ist größere Ehre wert geachtet worden als Mose, dem Herrn Jesus Christus. Wie er doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Wer hat das Haus gebaut? Gott, durch Jesus Christus. Und wir sind das Haus Christi. Wir sind der Leib Christi. Zusammengefügt in Christus. Oder auch hier nochmal 1. Korinther 10,2, wo es heißt, sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und dem Meer. Ja, das alte Abbild unter der Wolke von Mose ist das neue Abbild, wie wir getauft werden auf den Namen unseres Herrn Jesus Christus und nicht auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, sondern auf den Namen Jesu Christi. Johannes 9,29 Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Doch wir wissen, woher der Herr Jesus ist. Und zwar, er ist der zweite Mensch, der vom Himmel gekommen ist. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und zum Abschluss noch, Hebräer 1,5-6 Der Sohn höher als die Engel. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und abermals, wenn er den Erstgeborenen einführt in die Welt, spricht er. Und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Auch nochmal hier ganz, ganz wichtige Verse, auch nochmal selber lesen. Und das wollte ich euch einfach nochmal mitteilen, dieses Verständnis zu haben zwischen Alten Testament Mose, aber auch der Prophetie, dass Mose schon den Herrn Jesus prophezeit hat. Also die Schlüsselverse sind in 5. Mose 18,18 und in Johannes 5,46, wo Jesus selber nochmal bestätigt, dass er der ist, der Prophet, der aus den Brüdern prophezeit worden ist. Ja, und zum Schluss möchte ich euch noch diesen Bibelvers ans Herz legen. Wer ist der Lügner? Wer ist ein Lügner, wenn nicht der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Also bekennen wir den Sohn Gottes, den Herrn Jesus Christus, unseren Hohepriester nach der Weiße, Melchesthetics. Ja, das war es auch wieder mit dem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen beziehungsweise Erkenntnis schenken. Lest selber viel in der Bibel, forscht selber im Wort Gottes nach. Und in diesem Sinne wünsche ich euch gottesreichen Segen in Jesu Namen. Bis zum nächsten Mal, so Gott will. Euer Christian. Ciao, ciao.